Wir haben uns für diese Lawinenweste entschieden, weil es für uns die Möglichkeit birgt und die sicherste Möglichkeit, während dem Einsatz unseren Rucksack abzulegen, die medizinische Versorgung zu machen und trotzdem sicher vor Lawinen zu sein. Das ist das erste Equipment, was uns den gesamten Einsatz lang im Fall einer Lawine schützt.